Und in unserer heutigen Folge mit Gabor Steingart von The Pioneer haben wir unter anderem auch über die Energiekrise gesprochen. Und dass es vielleicht heute in heutigen Debatten kaum noch möglich ist, zum Beispiel Sanktionen zurückzunehmen, ohne vielleicht doch als Russland-Versteher geframed zu werden. Ja und diese Thematik dieser eventuell kaputten Debattenkultur ist genau das zentrale Thema des Romans von Ralf Ruthart. Gabor Steingart bezeichnet in unserer Episode das vielleicht auch als ein Produkt von unmutigen Journalisten und Politikern. Wenn ihr jetzt Interesse an dem Buch, dem Roman Das laute schweigendes Max Grund von Ralf Ruthart habt, dann könnt ihr es überall bestellen auf Amazon Thalia. Ihr könnt es auch auf Audible hören oder sogar kostenlos als Hörbuch hören auf Spotify.